Ich spürt hier erst mal die Straße ab. Da muss einer gucken, eins gucken, du. So lang, jetzt wieder einen duch zurück. Noch einen duch zurück. So, ja. So, jetzt weg. Weg, 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 weg. Gebaut das Haus auch nicht mehr. Nee. Oh, genau. So. So, jetzt los, jetzt halt schon mal. Ist's da, noch vor allem? Ja, schon voll. Können wir das mal sehen? Aber, der vorliege war das nicht so, was muss ich heute? Ja. Klappretter! Oh, er hat sie bloß schon eingelassen! Ah! Alles ist hier! Nicht das im Brötterfondament bei! Bist du knackig? Thomas! Hier! Das ist nicht so knackig! Thomas! Unser Bürgkönig Eintreifer gut! Schuss! Gut! Schuss! Gut! Tschüss! Das ist ja ein Wunder, dass er sich da drauf traut, ja? Warum? Ich musste meine festhalten, meine Kleine! Ich hatte auch eine Stehleit, aber eine Kleine bloß mit vier Sprossen! Da muss er festhalten! Ja! Warte, kleinen Moment! Die Kohle, oder? Ja, das ist nicht ganz mittig! Warte! Da hat auch nicht ganzes Loch ganz korrekt geboren! So, andersrum! Andersrum! Meinst du mich jetzt? Ja! Ne, das war Lothar! So, ja! Ja! Ich hab in das Feuer geboren, bin ich rein! Was ist da? Was ist da? Das war die Mitte! Genau! Das war schon die Mitte! So! Wunderbar! Also schön! Wunderbar! So! Und noch! Passt her! Ja, schütze Königin! Halt einfach! Gut! Tschüss! Gut! Tschüss! Das klingelt! Das klingelt! Das will jetzt Fußes heißen! Ja! Wieso? Die kann bei der Leiter fehlen! Die Schraube! Hier ist mit Pfeilen gearbeitet! Der Schaft! Das passt! Das hat es noch nie gegeben. Wahrscheinlich gab es solche reichen Leute noch nie. Manfred, Thomas, hier bin ich. Den letzten Schuss braucht man nicht mehr sagen. Kuschelt euch mal aneinander, warte ich geh mal hier weg. Weiter nach rechts, weiter nach rechts. Ihr könnt euch ruhig in den Arm nehmen oder könnt ihr euch nicht leiden. Könnt ihr euch nicht leiden oder was? Guck mal. Achtung, Kopf weg. Ja, Edi, du musst aber ein bisschen mehr putzen. Ja, manfred fasst es manchmal ein. Ja, das ist schlimm. Das ist ganz gesprach. Das ist ein Kerkerlebnis. Gertin, kommt zum Tanz. Das ist ein Kerlebnis. Jetzt haben Sie die Verrachtung. Ja. Ist das mal zu schnee. Haben Sie sich? Das ist zu schnee. Ja, man das ist ein Schweinchen. Ja, man das steht, aber nicht anders. Das geht nicht mehr so ein. Okay, da geht ein Schuss. Alle, dann geht's nicht mehr ein. Alle, nicht stehen. Also, an mein Grammophon beim Annageln hat sich keiner mehr erinnert, aber ansonsten würde ich immer erinnern. Ralf Schultz ist der Chef der DDRG und ich hatte eine Prüfungsnummer, normalerweise darf man auch nur irgendwas abnehmen. Aber das ist, wenn es so ist, gut, das akzeptieren wir so. Dann muss man jedes Mal einen Unterplatz kommen. Aber jetzt steht alles klar. Und Wasser ist in den Fässern ja genug drin.